Aufnahme läuft, Odin und... Was spielst du? Poseidon auf der linken Seite. Aber man muss dir das mal vorstellen, ne? Einfach nur mal vorstellen, Digga. Du setzt dich auf Toilette, bist alleine, legst ein Ei, Alter, und auf einmal ist das Klopapier alle. Es ist nix da. Bleibt dir nichts anderes übrig, als dir in die Dusche zu stellen. Das ist mir einmal passiert, Alter. Und dann hatte ich auch noch Dünnpfiff, das war richtig schlimm. Dann setze ich mich da hin, ich gucke nicht nach Klopapier und schieße einfach alles raus, Alter. Ich schieße richtig, das ist wie ein Wasserhahn, Mann. Und auf einmal, ich will mir so Arsch abwischen, ich greife so zum Klopapier, ich so... Fuck. Und dann so ein Trollface. Ja, richtig so, ja, Trollface, Digga, das Klopapier, so die leere Rolle, die da hing, so. Da ist so voll das Trollface gezogen. Wir haben als Gegner Sorbek, der ist Tank, Jemir Tank, AD, AP und AD. Digga, das ist nur ein AP. Das heißt, richtig fett Rüstung kaufen. Ja. Das ist alles AD, Digga. Physical Power and Attack Speed. Ich hole mir die Tabis. So, dann hole ich aber auch nochmal was mit, 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 mit... Leben. Also, ich brauche auch jeden Fall auch Leben und Power. Ah, da ist ja das Item. Genau, das soll ich nämlich holen. Es gibt auch, äh, Jungler Starter Items. Ja, ja, gibt's auch, ich weiß. Also, ich will auf jeden Fall mal, auf jeden Fall mal versuchen zu, zu Dingst. Schreib mal, wir beide sind left. Äh. Poseidon, Leute. Poseidon. Kuh macht 140. 15. 9. Ah, ich mache meinen Q als erstes durch. Ach, da kann ich dann jumpen mit meinem Q, ne? Mhm. Okay, und was ist mein W? Okay, wir haben zwei ADler dann hier. Äh, dein W ist, glaube ich, ein Attack Speed Buff. Für alle. Udin gibt's a commanding roar, railing his... Alias Udin has... ...his Aliens against Attack Speed Buff for a short time, ja. Und das E ist... ...this power will use... ...passible provide physical protection... ...and some HP Rack. Abactive ist das... ...sweeping melee attacks. Okay, er ist eigentlich ein reiner Auto-Hit-Champ, ne? Ja. Okay, und das E slowed aber auch noch. Das gibt's noch nicht, der Ping steigt die ganze Zeit, Alter. Guck mal, was er macht, der eine. Lol. Bei mir portet dieser Sobek die ganze Zeit. Ja, bei mir auch. Bei mir aber auch jetzt. Aber ich hab'n 50er Ping. Aber der Sobek ist bei mir nur am porten, Digga. Ja, bei mir auch. What the fuck, wo ist er auf einmal? Die Hitdown. What? Der portet die ganze Zeit noch. Ja, wie der leckt. Ah, ist down. Im Glück konnte ich das noch alles folgen, Alter. Wie der portet. What the fuck. Der portet der richtig. Leute, wir hatten hier einen ward in die Mitte gestellt. Ich? WTF? Ich hab' keine Tränke gekauft, sondern wards, Alter. Für'n Arsch, Digga. Für'n Arsch. Was? Hä? Der fels nur um bots nicht, glaub. Statt Bots. Okay, Level up. Warte, ich jump' mal auf sie. Schnell, sonst hat sie mich. Ja, nice. Nein. Die Minions sind OP, Digga. Ja. Ich hab' da wieder einen schon. Ja, Mann. Aber trotzdem nicht schlecht, wir haben sie gleich gut geklatscht. Oh, fuck. Gegner, Poseidon. Ich komm' so schnell ich kann. Das gefällt mir ja immer noch. Ich komm' so schnell ich kann. Ja, ich geh' sowieso jetzt weg. Ja, ja, ich wollt' nur kommen, damit er dich nicht killdeckt, nicht. Ja, ich hatte ja noch mal'n slow. Aber der eine leckt ja, wie das Tod ist, ne? Ah, der Apollo bei denen ist afghan. Nee, der ist recht. Nein. Sicher? Doch, der ist recht auf der Lane. Kann's auf der Karte sein. Warum hat der keine Items? Ah, doch. Sprint und Meditation. Und die Sense da. Best cool. Ich geh' jetzt gleich drauf, ne? Das nervt das Wasser, Digga, wenn dich das immer so ranzieht. Boom, Alter. Richtig zerrissen. Oh. Die macht damage. Ja, ja. Bei der müssen wir so'n bisschen aufpassen. Aber wenn ich meine Ulti hab', dann muss ich so gucken, dass du so mit drinne bist, weißt du? Und dann kann man sie richtig nice vaxtern. Warte, ich geh' auf sie. Oh, Alter, die macht richtig Schaden. Komm zurück, ich bin bei den Minions. Oh, die ist ready. Ich geh' mal kurz B. Ich guck' mal, ob ich irgendwas an Items so finde, die... Physical haben. Aber auch Power. Ja, lol. Was ist das denn für'n nice Item? Void Blade. Das ist ja nice. Void Blade ist das nächste, was ich mir hole. Cool. Wie teuer ist'n das? Digga, wir haben... Ich hab' hier so'n Nachbarn unten, ne? Digga, dieser Typ macht sein Fenster auf. Ich schwör' dir das, ne? Dieser Typ stinkt, Alter. Ein... Ohne Witz, ey, der Typ ist... Das ist so... Wie kann man als Mensch so stinken? Oder die Bude, dass die so müffelt, ne? Ganz ehrlich, wenn ich Dings wäre... So, wie heißt das? Also, das ist unglaublich eklig. Wie die müffelt. Oder wie der müffelt. Ich komm' von hinten auf sie, ne? Ich sperr' sie mit meiner Ulti ein. Ja, warte, die kann Backflip machen. Ich sperr' sie, äh... Spreng... Ist sie down? Nein, sie ist nicht down, die Fox. Scheiße, sie hat noch ein Dings gebraucht. Ein Dreckset, Alter. Aber warum ist meine Ulti gleich wieder kaputt gegangen? Ey. Komm, komm, komm! Ich tag' den Tower. Jetzt tag' ich nicht mehr. Ich hab' B. Ohhhh! Ohhhh! Boah, war das knapp! Junge, ein fucking Tower hätte ich wär' tot gewesen. Aber wir haben sie gut geklatscht, Digga. Die Tower machen richtig damage auf dem Level, den wir haben, ey. Harte... harte Scheiße, Junge. Zum Glück hatte ich noch Pots. Hätte ich den Pott nicht gehabt, ich glaub' dann wär' ich down gewesen. Hier gibt's noch so'n Item, das ist wie Smile. Ja? Ja? Das ist Hands of the God. Lol. Ah, der macht ordentlich Schaden, der Typ, den ich spiele. Lol. Bei dir ist das voll eher, das Right Tower ist under attack. Ich geh' mal von hinten wieder auf sie, Fad. Wenn sie sich keine Wards kauft, hat sie selber schuld. Wo ist sie? Ist sie noch auf der Lane? Ja. Okay, da ist sie. Ich komm' von hinten. Ulti ist auch wieder ready. Meiner auch. Warte. Okay, go. Ja, das mein' ich. Nicht Ulti machen, bevor sie nicht gesprungen ist, weil sonst ist das einfach zu verschwinden. Ja, Mann. Kriegst du auch Attack Speed Buff? Ja, Mann, du kriegst den auch. Ich sag' ja, das ist so ne Art Support an der Oli. Wo ist denn die Möse? Ah, sie ist zu näher aus am Tower. Ich geh' mal kurz in die Mitte. Bei den Drachen. Mist, wir hätten ihn fast gehabt, den Odin. War so knapp. Ich geh' kurz B. Weil du bist 1-1 gegen sie eigentlich, da auf der Lane. Oh, das Item ist nicht schlecht. Ist das eigentlich effektiv, wenn man... Wenn man Item erstmal komplett ausbaut, oder sich von jedem immer so'n kleines bisschen holt erstmal? Von jedem etwas. Kommt drauf an, was das für Items sind. Weil manchmal lohnt es sich, die Zers aufzubauen. Oh, mein scheiß Auge, er juckt. Weil wir haben wieder einen AFK, glaub ich, oder? Poseidon. Ah ne, das bist du, du bist ja grad zurück in die Base. Ja. Ich reporte dich einfach in den AFK. Ja, mach nix. Aha. Ich nehm' mal den Blue-Buff. Ja. Oh, der Knecht hat keine Abilities, um irgendwie mal den... Jungle Knecht richtig zu ficken. So. Ich komme mit deren Blue. Ja. Komm mit. Wir können sie in der Mitte klatschen kurz, ne, bevor du Blue machst. Ja, klar. Sie ist richtig... Sie ist so squishy wie nichts. Ich versuch meine Ulti dann gleich bei ihr. Aber nicht bevor die nicht weg ist. Ja, ja, ich... Bin nicht doof. Ich lerne draus. Ja, die hat den Sprint-Skill. Ah, die ist zu schnell. Die ist zu schnell, die kleine Möse. Ja. Ja, dann lass mal links bruschen. Ja, klar. Ich hör mir jetzt das denn drüber. Digga, manchmal hört man bei dir so übertrieben so den Sound, weil ich geb dir Speed-Buffs. Pass auf, sie ist da vorne. Ja. Rechts ist noch einer. Oh, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Sie ist hier bei mir. Ah, sie ist wieder weg. Lass mal ein bisschen die Lane pushen. Boah, der Last-Hitter hier, Digga. So geil mit dem Q, ne? Kannst halt so eine Minion-Wave richtig schnell klären. Ja. Boah, ich würd sie gern diven. Bei Harry ist das aber auch stärker. Ja, natürlich. Viel stärker. Wie lange hält denn der Blue-Buff? Eine Sekunde noch. Ah, das steht immer sogar mit der Zeit, richtig. Ja. Ich mach mal ein bisschen den Tower. Gemeintag. Hä? Oh, fuck. Ich geh gleich aus, sie einmal. Ich hab sie eingesperrt, komm her. Da ist sie zum Tower hinten hingeschwungen. Ah, ich sterbe! Fuck. Alter, der Tower ist nicht zu unterschätzen. Ja, du hast sie gekillt, ne? Alter, der Tower-Damage ist doch nicht zu unterschätzen. Jetzt noch auf dem Level. Der macht noch gut Damage. Irgendwie zankt, das war Frollo seine Ulti benutzt. Oh, fuck. Da macht er sie schon. So, und jetzt werd ich mal ein Item ausbauen hier langsam. Die Boots dann auch. Ich hab mir jetzt erstmal ein Item geholt, wo ich mehr Leben, mehr Mana hab und ein bisschen mehr Damage noch durchziehe. Oh, lol. Magical Power hab ich mir geholt. Ich hab voll verkackt. Vergiss er. Sehen ihn geklatscht in der Mitte, hab ich gehört. Und 1600 Volt auch noch. Ich geh jetzt auch mal ein bisschen hier. Ich geh jetzt auch mal ein bisschen hier. Oh, what the fuck. Das ist ein geiles Item. Danke. Äh, bei mir dort. Ähm, aktiver Skill. Das entfernt jeden Crowd Control. Und du bist dann immun für 3 Sekunden. Auch recht hier gepusht. Ja, was soll'n wir aufgeben? Hm? Lol, wer will denn da surrendern? Was? Dann hat der jetzt nen Arsch offen, oder was? Digga, steht 20 zu 19. Das ist voll ausgeglichen, alles. Weg ist er. Linke Seite. Ich muss mal recht gerade pushen. Ja, ja, mach mal. Ich geh links rüber. Sieh's miss, links. Das ist geil. Raum für Cylon auf einer Link. Loll, der H benutzt Skills auf den Tower. Hä? Der H benutzt die ganze Zeit seine Skills auf den Tower. So ein Idiot. Das funktioniert doch sowieso nicht. Ah, sie ist wieder zurück, die kleine Möse. Digga, sie versucht mich immer zu killen, macht aber keinen Schaden bei mir. Sie ist richtig witzig. Ich find' sie irgendwie richtig knuffig. Hm. Ja, wenn sie kommt immer, macht einen auf Killer und... ...dem passiert aber gar nichts. Der Movement Speed darf jetzt so schön geiler, wahrscheinlich. Ja, das weh, ne? War das? Ja. Ich mein' hier. Vom Camp noch. Ja, wenn ich noch schneller bin. Hab' immer Blue geholt, Alter. Dann richtig die dreckige Mana-Hufe. Der bleibt 114 Sekunden nur, Digga. Wie lange bleibt der Blue-Buff bei LOL? Ähm. Keine Ahnung, wie lange der da dauert. Das war ne Tower ein bisschen. Vom Laufstreet, Alter, das war krank. Wenn ich noch... ...Buff mache. Das war Tower auch ein bisschen. Ah, ne, Tower machen wir jetzt. Halt mal die andere Wave auf, da. Gib dir mal Attack-Speed. Wir können sogar den noch machen, wir haben genug Minions. Gib dir gleich wieder Attack-Speed-Buff. Ah, du warst nicht in Range. Haben wir noch Minions? Oh, keine Minions mehr. Den pushen wir noch nicht. Ja, lass den mal pushen. Wir können sogar schon den Phoenix bearbeiten. Das ist nur sie. Versuch's dir mal mit deiner Ulti zu bekommen. Ja. Weil die kleine Möse stummt mich einfach. Das ist richtig dreist. Oh, Poseidon ist weg. Ja, lass uns mal weg. Poseidon, mach doch keine Aufwelle, Digga. Nur weil du Red-Buff hast. Lass ihn mal sonst töten, Digga. Wenn er zu frech wird, dann hauen wir ihn tot. Weil der Papa-Beer geht mal kurz bellen. Aber der Rückruf ist schnell, ne? Jo. Alter, was machen die da recht? Oh, nice. Das Item ist richtig nice. Void Blade. Ich, ich hab, also... Ich reduziere die, die Reduction von denen. Ich hab's jetzt nur überflogen. Ich komm auch, ich komm auch. Geil. Boom. Kann sein Ulti wieder ausmachen. Richtig geil, die Ulti, Digga. Ring of Spear. Warte, ich geb dir Attack Speed. Oh, unser Tower, Digga. Die pushen, die pushen, die pushen. Wir müssen unbedingt links rüber. Die kleine Möse, Alter. Lass ihn mal richtig jetzt klatschen, die kleine Drecksau. Digga, das ist so eine Mana-Hure, dieser Poseidon. Oder wie der Knecht heißt. Ah, die sind bestimmt ein Mess, Digga. Lass uns mal dieses goldene Ding hier klatschen, da wo wir Gold bekommen alle. Warte, ich ping mal da hin. Hab hier, oder... Oh, da ist einer. Kannst du ihn stun, oder? Na, geht nicht, der ist der Movement Speed, Alter. Da kriegst du ja Rückenflossen. Oh, da ist sogar Dings noch mit Ulti gekommen. Guck mal. Na, lass das Ding mal machen. Schelfen wir das? Oh, die ist ja gar nicht da, hier, ne? Ah, ne, hier ist nur Blue-Buff. Hier. Da ist das Teil, ne? Oh, Jimmy ist da. Oh, ja. Attack Speed Bonus. Ne, lass mal da hinten lieber folgen. Ja, ja, ich hab auch kein Mana mehr. Digga, wir müssen immer... Er kriegt noch einen Hit von diesem Fettsack, dann ist er down. Ich hab kein Mana mehr. Ich hab kein Mana mehr. Was denn? Ja. Paar Auto-Hits noch, ne? Toi, jetzt aber die Harpier. Ja, schaffen wir das? Ich hab kein Mana mehr, ne? Wo ist die Harpier-Fatz? Wo ist die Harpier-Fatz? Warte, ich geb mal Attack Speed. Denkt sie mich? Oh, fuck. Harpier greift... Ah, jetzt greift sie mich an. Jetzt greift sie mich an. Jetzt greift sie mich an. Wo steht das jetzt, wie viel Gold wir bekommen für die Mist? Ja, da sieht man sofort. Boah, 300G, Digga. What the fuck. Das ist voll geil, die Harpier, man. Das ist wie Baron. Kriegst du auch 300. Ich hab jetzt mein zweites Item ausgebaut. So, ich brauch jetzt mal die Tränen zum Chasen. Ja. Ja. Ja, nicht genug Gold. Ich hol mir gleich Frosthammer dann noch. Damit ich mehr Life hab. Da, guck mal, Poseidon, der Knecht. Ich hab ihn in der Ulti. Ja, ich auch. Gut. Ich hab ihn in der Ulti gehabt. Nicht, dass er wegkommt, weißt du? Mit irgendeinem Dreck-Skill oder so. Kein Bock drauf. Ich hol mir noch den Movement-Buff. Wo ist Blue-Buff bei den Enemies? Ah, da unten ist unsere, ne? Ja. Ja. Das ist Jungle-Camp. Was ist eigentlich das hier in der Höhle? Dieser riesige Buff hier, ey. Fire-Giant. So, der Team-Buff, ja. Ja, lass das Ding doch mal machen. Aber lass ich irgendwie bei V drücken. Oh. Ja, da kommen sie alle. Warte. Weil der ist gar nicht so schlecht. Oh, guck mal, da braucht einer Hilfe noch. Warte. Ne, der ist weggekommen. Okay. Ja, dann go. Wow, macht der das. Alter. Krase Scheiße. Was ist das für ne Lava? Oh. Okay, ich muss raus. Nice. Down. Was ist das für Teil? Oh, das bleibt 300 Sekunden. Das gibt bestimmt alles Bonus, ne? AD, Life-Rack und den ganzen Dreck. Ähm, der gibt AP, AD und Life-Rack und Mana-Rack. Oh. Und das Ding bleibt 200 Sekunden. Wir können halt richtig nice fighten mit dem. Der Stein hält gut was aus, ne? Gott, der Knecht, er setzt sich einfach eine Wall vor. Der macht Juki, wenn er schon zu tot ist. Ja, ja, aber vielleicht nimmt er noch mal was mit. Kann ja immer sein, oder? Na, du Möse. Oh, ich dive die jetzt, Digga. Gleich. Wenn die Minions... Ja, wenn die Minions da sind, Digga. Du bist ja auch da, ne? Warte. Boah, sie hat sich rausgejumpt, die kleine Möse. Ja, wir können den Phönix klatschen. Gibt Speed-Buff. Gibt Speed-Buff. Leute, wie sie mich fokusset, die kleine Möse. Boom! Nice, Digga. Lass uns mal zurück. Also, ich geh erstmal back, Digga. Wir müssen nach links den Phönix Burscht. Ja. Macht ihr das mal, ich geh erstmal back. Oh, ich hab grad richtig gut die geklatscht, Digga. Was? Der Buff ist richtig krass, Mann. 112 Sekunden. Noch. Kann man das nicht auch nachlesen, was der macht? Grants, 70 Magic Power, 50 Physical Power, Rack, 3% of Health, 1% Mana, 5, 6 of Buff Durate. Alter. Krass, ne? Das ist richtig übertrieben. Warte, so ist ja Baron Buff ungefähr auch, ne? Auch, gibt ja auch AD, RP. Was geil ist ja, desto mehr Phönixe du zerstörst hast, desto schwächer wird der Minus Hau. Ich hab mir jetzt nochmal einen Rap-Buff geholt, Digga, wie das aussieht. Die ganzen Buffs um mich rum. Boah, die kriegen grad Schläge alle, kann das sein? Gewonnen. Wir haben gewonnen. GG, Digga. Nice. 5-2. Danke fürs Zuschauen, Youtube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau.